Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Der Wahltag im September rückt näher und angesichts der für Sie immer deprimierender werdenden Umfragen versuchen SPD und Grüne immer verzweifelter eine Wechselstimmung im Wahlvolk herzustellen. Durch einen sogenannten Schulterschluss. Schulterschluss heißt, die Reihen werden so fest geschlossen, dass keiner mehr eine Chance hat, da durchzukommen. Im günstigsten Fall sind die Reihen so fest geschlossen, dass man nicht einmal mehr sehen kann, wo man denn hinkäme, wenn man denn durchkäme. Aber geschlossene Reihen sind dem Wähler wichtiger, als zu wissen, was dahinter liegt. Das wissen auch die Grünen. Aber die Grünen wollen natürlich auch beweisen, dass sie diskussionsfreudig sind, ohne dabei in Streit zu geraten. Deshalb gab es auf dem grünen Parteitag am Wochenende 2600 Änderungsanträge zum zu beschließenden Wahlprogramm. Und darüber gab es dann entsprechend heftige Diskussionen. Gehen wir mal davon aus, dass so ein Parteitag zwei Tage dauert und die Delirierten tatsächlich jeden Tag zwölf Stunden tagen. Dann dürfen wir sicher noch zwei Stunden pro Tag abziehen für die aus Durchhalteparolen, Geschlossenheitsappellen und möglichst originellen Beschimpfungen des politischen Gegners bestehenden Reden der Großkopferten. Wenn wir jetzt mal großzügig die Zeit vernachlässigen, die für die Abstimmungen selbst und diverse Verfahrensordnungen drauf geht, bleiben also 20 Stunden für die Diskussion vor 2600 Änderungsanträgen. Das heißt, für jeden Änderungsantrag stehen knapp unter 28 Sekunden Diskussionszeit zur Verfügung. Nur mal zum Vergleich. In der Zeit, die Sie mir bis jetzt zugehört haben, hätten wir drei Änderungsanträge diskutieren müssen. So etwas ist natürlich Quatsch mit Soße. Und das wissen auch die Grünen. Die Änderungsanträge sind deshalb auch in den seltensten Fällen dazu da, etwas zu ändern. Sie simulieren eine demokratische Diskussionskultur. Und die Vollprofis unter den Grünen simulieren sogar die Änderungsanträge. Vor dem Parteitag profilierte sich der grüne Ministerpräsident Wilfried Kretschmann mit heftiger Kritik an den Steuerplänen im Wahlprogramm seiner Partei. Einen Änderungsantrag hat er aber gar nicht erst eingereicht. Nein, er hat nur staatsmännisch geblökt, Augenmaß bei der Belastung der Bürger gefordert, um dann mit allen anderen einstimmig für das zu stimmen, was er vorher kritisiert hat. Und ich habe die Schlagzeile vermisst. Grüner Starr fordert Augenmaß. Bis neulich. Grüner Starr. Grüner Starr. Grüner Starr. Grüner Starr. Vielen Dank.